So, hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zur dritten Episode von Resident Evil 7. Wir flüchten gerade vor Big Daddy, haben uns hier versteckt, der sucht uns gerade. Und wir haben aber den Schlüssel... ...zu der Kellerklappe gefunden, Schlüssel für Kellerklappe. Das heißt, wir müssen jetzt runter in den Keller. Das werde ich jetzt mal versuchen. Wieder der kackende Mann. Das war verschlossen. Ich habe leider keine Waffe. Da habe ich so ein bisschen Angst. Aber es nützt ja nichts. Ich mache ganz schön viel Lärm, ey. Okay, der ist jetzt in dem Raum hier. Ich kann dich riechen. Oh, der stand da. Ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Komm schon. Schnell, schnell, schnell. Und tschüss, du Fixer. Okay. Ich habe es geschafft. Ich bin hier unten im Keller. Er hat mich nicht gesehen. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Aber... Ich hoffe es doch. Also, er hat mich definitiv nicht gesehen. Oh, eine antike Münze habe ich eingesammelt. Wofür auch immer die gut ist. Welchen Sinn hat das? Eine antike Münze? Ich weiß es nicht. Okay, hier geht es wieder nach oben. Scheint hier aber auch in der Nähe zu sein. Oh, Gott sei Dank. Ich kann speichern. So. Karte des Haupthauses. Okay. Speisekammer. Küche. Ne, hier waren wir gerade. Esszimmer, Speisekammer. Hier sind wir runtergegangen. Im Wohnzimmer waren wir auch. Hier ist eine abgeschlossene Tür. Ach, okay. Wir sind hinter dieser abgeschlossenen Tür. Alles klar. Leitung ist wieder tot. So, ich brauche irgendwas Geiles. Kraut, flüssige Chemikalie. Objekte im Inventar kombinieren. Ah, okay. Kraut und diese flüssige Chemikalie machen eine Arznei. Oder daraus kann ich eine Arznei erstellen. Das ist diese Flüssigkeit, die man sich über die Hand kippen kann. Es wurden neue Objekte hinzugefügt. Versorgungskiste und Verteidigungsmünze. Verteidigungsmünze. E-Mail von mir. Führerschein. Aha. Ach so. Ähm, ne. Ach so. Das ist wie so ein Storage. Ja, dann nehme ich die Münze auch mal mit. Was kann ich denn mit dieser Kiste machen? Kraut erst... Ah, cool. Ja, okay. Und wie benutze ich das? Ah, okay. Ich verstehe schon. Okay. Ah, okay. Alles klar. Die Miefe furchtbar. Okay, gespeichert haben wir schon. Ich werde aber natürlich selbstverständlich noch mal speichern. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Schade. Kann ich die nicht öffnen? Doch, kann ich. Ah, ein Dietrich. Ich werde jetzt hier noch nicht raus. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Das passiert ja schnell mal. Aber... Es scheint nicht so zu sein. Gut. Entriegelt. Das Telefon geht. Hallo. Gut gemacht, Ethan. So, ich stelle es. Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt es einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Codex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Ich check gar nichts. Aber ich habe gerade einen ganz entscheidenden, wichtigen Tipp bekommen. Und zwar, du musst aus dem Haus raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich schaue nochmal hier vorbei. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas, was ich als Waffe benutzen kann. Irgendwas Neues. Okay, Pistole-Munition. Okay, den haben wir ja schon gelesen. Alles klar. Vielleicht kann ich ja... Obwohl, wahrscheinlich nicht. Sieht zerbrechlich aus. Ja, ich brauche irgendeine Waffe, Leute. Ne. Ich dachte, vielleicht mit dem Dietrich das Ding hier aufschneiden. Ne. Kannst du knicken. Gut. Dann versuche ich mit dem Dietrich da hinten die Tür aufzumachen. Oh oh. Es klopft schon wieder. Da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht. Dann wollen wir nochmal gucken. Hier gibt es kein Schlüsselloch. Toll. Das kann doch nicht sein. Ach, vielleicht die Münze. Das kann hier nicht verwendet werden. Alter Scheiße. Das ist doch mal Kacke. Ich ahne es. Ich muss zu dem Klopfen. Zu dem Klopfgeräusch. Hey, hier drüben. Wer ist das denn? Hey. Oh ja. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig. Zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein. Nein. Okay. Und Sie haben kürzlich mehrere Anrufe über vermischte Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt es Irre, die mich umlegen wollen. Verdammt. Tja, na gut. Ich sage Ihnen folgendes. Sie scheinen Sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben. Okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt. Es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das geht schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Was ist das? Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben mal den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in die Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ihn hellstern um ein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was ist das denn für ein Bulle, ey? Was soll ich mit einem Messer? Also. So, das Geile ist, dafür kann ich jetzt das Ding hier aufmachen. Okay. Na gut, ihr hättet jetzt auch nicht erwartet, dass der mir... Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie erst nicht. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ja? Hey, lasst du auf. Stopp. 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 Ach, du Scheiße. Oh, Autoschlüssel. Schnell. Ach, du Scheiße. Warte jetzt, warte jetzt. F. Ah. Ach, du Scheiße. Stirb. Boah, den weilt sich jetzt platt, diesen Penner. Ich glaube... Was? Ja, ist klar. Oh, Mist. 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 Also, ich mach das nicht. Das geschieht ganz von alleine. Scheiße. Alter, ich hab überlebt. Der anscheinend auch Oh, schnell raus hier Was ist das für ein Irrer, ey Oh yeah Wenigstens Wenigstens etwas Was? Ich komme auch nicht weg Fuck, steh auf, steh auf Der liegt auf mir drauf Ich brenne im Schritt Mein Penis brennt Schnell Der lag doch gerade noch links neben mir Ach, du Scheiße Boah, ist der Irrer, ey Ah, okay Aber hier ist noch irgendwas drauf Und zwar ein Tier Ach, die Ochsenstatue Die kann ich bestimmt in diese fette Doppeltüre einsetzen Flintenmunition Super Ah, okay, ich bin wieder hier So Schick, schick Bisschen in der Runde Aber Schick Okay, was muss ich überhaupt machen aus dem Haus fliegen Die Eingangshalle erkunden Okay, das ist die Eingangshalle Ich schaue mich jetzt erstmal ein bisschen um Hier geht es nach oben Uh Und Ich finde Eine Pumpgun Oh yeah Will ich jetzt natürlich Nicht verbrauchen Verschlossen Ah, toll Ah, okay Weil ich die Pumpgun rausgenommen habe Geht die Tür zu Ah, ich verstehe schon Also muss ich ihm irgendwas anderes in die In die Arme legen Wird ich sicherlich irgendwo fündig werden Schieße auf mich Schieße auf mich Schießpulver Schon wieder eine antike Münze Und schon wieder Shell das Telefon Hat mein Daddy jetzt dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war ja mein Es tut mir leid Aber Aber er ist jetzt tot Du bekommst das vielleicht sogar hin Was Was hinbekommen? Du musst was für mich tun Aber ich kann es jetzt nicht erklären Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel Aber du musst einen Weg aus dem Haus finden Okay Ich meld mich wieder Schon wieder ein sehr guter Tipp Sehr hilfreich Ah, okay Da muss also irgendein Dreiköpfiger Hund Passt nicht zu diesem Schloss Okay, ich dachte ich könnte das vielleicht mit dem Dietrich Ein Uhrpendel Vielleicht kann ich das An diese Statue legen Da, wo die Schrotflinte ist Aber erstmal gucken So In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten Dass seine Suche nach Helen Midgif eingeleitet wurde Eine College-Studentin aus North Carolina Die durch Louisiana reiste Von Miss Midgif fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte Sorry Man geht von bis Datum mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle Sie plant mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken Alissa Ashcroft, 19. Januar 2016 Okay, ich versuche das mal mit dem Ach, ich kann die Flinte nicht nehmen, da ich zu viele Objekte trage Kann ich nicht irgendwas wegschmeißen? Diese komischen Münzen Weggeworfenen Objekte gehen unwiederbringlich verloren Scheiße Vielleicht kann ich ja noch irgendwas kombinieren Nein, Moment Kacke Was schmeiße ich denn weg? Was schmeiße ich weg? Diese Münzen sollen besondere Auswirkungen haben Diese hier macht den Körper strapazierfähig Und die hier, eine alte Ach, die schmeiße ich weg So Okay, das passt hier nicht Ich muss hier irgendwas anderes Für die Schrotflinte finden Flüssige Chemikalie, das ist schon mal gut Ah, Living Room Okay, das ist wohl das falsche Teil, was ich hier reinsetzen muss Jäger der Lüfte Das Gemälde zeigt ein Hund, der bellend aufschaut Ah, okay, ich muss hier also einen Adler reinsetzen Okay, das war's hier unten Dann muss ich wohl nach oben Ah, das wundert mich mit der Schrotflinte Dass ich hier nichts finde, was ich da reinsetzen kann Die Flinte bekommen Okay Foto Evelyn, 2. Mai 2014 Vielleicht kann ich das mit dem Nee, Dietrich aufmachen kann ich nicht Dann liegt schon wieder die Oma Schon wieder eine tote Oma Was ist hier nur los Wenn jetzt schon Omas Hallo Ach, die ist gar nicht tot Okay Ein Helm Wieder verschlossen Mal gucken, wo ich bin Okay, ich bin im Freizeitraum Aus dem Haus fliehen und die Flinte bekommen Das sind meine beiden zwei Hauptziele Okay, ist abgeschlossen Ah, da ist eine Flinte in dem Raum Die brauche ich Schon wieder eine antike Münze Margaret Bring den Hippie-Mistgerl, den wir gefangen haben Von der Halle zum Verarbeitungsbereich Verarbeitungsbereich Wie sich das anhört Okay, hier ist wieder ein Videorekorder mit einer Kassette Das schaue ich mir sofort an 2. Oktober Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen Vielleicht lasse ich mir von Lucas helfen 9. Oktober Das Wasser ist endlich zurückgegangen Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt Lucas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll Wenn das wahr ist, sollte ich besser das der Gemeinde Bescheid geben Ich werde es mir morgen mal ansehen Hm Hier scheinbar waren die auch mal normal Da fragt man sich, was passiert ist, dass die so wurden Ah, blauer Hundekopf Wir brauchen auf jeden Fall 3 davon Schiefpulver Okay, ich werde mir erst die Kassette hier anschauen Sie haben nicht genug Platz, das ist echt nervig Da muss ich leider diese Münze wegwerfen Die Kassette heißt Mia, da bin ich mal gespannt Und ab mit dem Film Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe Aber ich will, dass du weißt Das war nicht ich Ich weiß nicht, was passiert ist Es gibt so viel, dass du wissen musst Ja, bist du ja Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady Ah, okay, ich spiele das jetzt selber Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss Scheiße 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 Okay, die ist jetzt hier Nee, die ist hier rausgegangen Ah Da bin ich doof Sie sind gescheitert Scheiße Bin ja auch genau hinterher gelaufen Ich Idiot Das war ein interessanter Tipp, wenn ich X drücke Dann Dreh ich mich schnell um Ich muss mich verstecken Ich muss mich verstecken Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen Ich vergreife dich überhaupt nicht Hier ist eine Gabe So Die gehen wir jetzt nicht in die Richtung Sondern in die andere Richtung Scheiße Scheiße Ich weiß, dass du mich so jetzt mal ausdenkst Ich weiß, dass er etwas flast Denkst du, ich weiß nicht, was du mir diesen Ethan anstellen willst? Hm Scheiße Ich habe, glaube ich, ein knackendes Geräusch gemacht Fuck Scheiße Fuck Die soll bloß abhauen, ey Muss hier irgendwie raus, ey Oh, die steht da hinten Ich werde dich meine Babys zum Brat vorwerfen Und den Garten mit den Überresten düngen Hau du endlich ab, ey Scheiße Wir öffnen unser Zuhause Wir öffnen unsere Härten Und was machst du? Scheiße Das ist eine Sackgasse Moment, wie komme ich denn Hier hinten durch Ich muss hier lang Ob ich denn Schon wieder abgeschlossen Was heißt schon wieder? Warum? Scheiße Ah Ach krass, okay Okay Ja, ich verstehe schon nur Das ist ja gar nicht so einfach Wie man denkt Na komm Na komm Uh, geil Eine Geheimtür Aber Moment mal Hier draußen war ja irgendwas Das konnte ich aber irgendwie nicht mitnehmen Ich werde dir wird jetzt hier nur durch die Wand durchbrechen oder mich packen Oder sowas Oder auch nicht So, ich mache hier eine kleine Verschnaufpause und sage bis gleich Bleibt dran Ihr seht erst in der nächsten Folge, wie es weitergeht Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis Bis gleich Bis gleich